Guten Morgen aus Berlin, es ist Mittwoch der 6. Januar um 9.29 Uhr, um 7.30 Uhr hat heute mein Wecker geklingelt, dann habe ich nochmal eine halbe Stunde verlängert auf 8.30 Uhr und jetzt werde ich mich gleich auf dem Weg ins Büro machen. So, der Pulli ist schon mal angezogen, es sind irgendwie immer noch minus 5 Grad draußen, es schneit in Berlin gerade, der Schnee bleibt auch liegen, das heißt es ist unter 0 Grad, ganz ganz sicher und ich werde mich gleich aufs Fahrrad setzen und mal schauen, wie ich mich so durch Schnee bewege, ob ich Schneeketten dran machen muss an meine Reifen oder ob das auch so geht, das werden wir gleich sehen. Ja, 10 bis 14 Uhr bin ich bei Bruno Gemünder, um 15 Uhr treffe ich mich mit einem potenziellen neuen Geschäftspartner und danach geht es nach Hause, ein bisschen Papierkram erledigen und freiberuflichen Kram und heute um 19 Uhr werde ich mal wieder bei YouNow ein Telltale Spiel zocken und das übertragen. Also, ich glaube es wird Game of Thrones werden, die fünfte Episode von Telltale, ist schon eine Weile raus, ja, ich weiß aber noch nicht, wie es da jetzt weitergeht, was mich da erwartet, ich habe mich da natürlich nicht gespoilert und freue mich da ja heute Abend auf das Spiel und bin mal gespannt, wie lange ich brauche. Also, bei dem Minecraft Story Mode von Telltale habe ich ja letztens für eine Episode unter anderthalb Stunden gebraucht, bei Game of Thrones dauert es gerne mal ein bisschen länger, wir gucken mal, ich schätze mal so zwei bis drei Stunden, wird das schon in Anspruch nehmen, aber wie lang genau das dauert, das finden wir natürlich erst heute Abend raus. Ja, wie gesagt, ich mache mich jetzt auf den Weg ins Büro und wünsche euch einen schönen Mittwoch, eine schöne Wochenmitte und melde mich dann morgen wieder bei Euch. Also, bis dann, heute in aller Kürze, habt einen schönen Tag und bis morgen. Ciao.